...Geld-Wittstadt mit der Startnummer 1 der ACR-Gerlitz-Leutiger Victor Pullenkov aus Russland, Helfer-Büro Leitzung, mit der Startnummer 14 Brewey-Berens, Helfer-Gerlitz-Wittstadt und ganz außen mit der Startnummer 3, Pauli Brehmauer, mit der Helfer-Mittlau für die Gerlitz. Das also mit vier Minuten im Lauf. Nr. 9 beim Punktgestalten 27 zu 21 für die Gerlitz. Ja, und ich habe im Lauf 8 unseren Sponsor vergessen, steiniglich Metalltechnik Seemann in Bruchberg für ihren Bedauern von Standstrecken und Biegeteilen in kleinen, mittleren oder größeren Serien. Da sind Sie bei uns immer richtig. Metalltechnik Seemann in Bruchberg. Sorry, aber ich habe es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Ja, ich habe es gesagt.